Hallo und herzlich willkommen, ich bin's der Leon Petzold hier von Troy Tools und ich möchte euch heute zeigen, wie man den Cyanogen Mod auf eurem S3 installiert. So, fangen wir einfach an, wir haben schon die Cyanogen Mod App installiert, ganz einfach indem wir vorher in den Security Einstellungen unbekannte Quellen aktiviert haben. Dann können wir auch die Cyanogen Mod einfach aus dem Internet herunterladen und die möchten wir jetzt einmal aufrufen, weil das Ganze ist eigentlich ziemlich leicht, ich möchte euch aber trotzdem zeigen, was ich hier mache. So, diese App, so jetzt haben wir nochmal reingezoomt, diese App führt dich durch die Installation von Cyanogen Mod. Du brauchst einen Windows PC, auf dem mindestens Vista läuft und ein USB-Kabel. Bei der Installation wird dein Gerät auf Werkeinstellung zurückgesetzt, darum solltest du jetzt von allen wichtigen Daten eine Sicherungskopie machen. Das wollen wir machen, alle Daten auf dem Handy werden gelöscht, SD-Card ist davon nicht betroffen, jetzt kommt auch nochmal der Warnhinweis, dass ihr damit auch euer Handy kaputt machen könnt, theoretisch. Praktisch ist das doch ein sehr seltener Fall, der bisher noch nicht wirklich aufgetreten ist, aber weder ich noch Cyanogen Mod noch irgendjemand anderes wird dafür haften. Jetzt müssen wir noch eben schnell die Kamera PTP Einstellungen aktivieren für die Dateiübertragung auf das Handy, auch gar kein Problem, die App führt uns da durch. So, jetzt klicken wir einfach uns auf dem Computer durch, da müssen wir nämlich jetzt auf get.cm gehen, mittlerweile hat sich dieser Link wohl geändert, allerdings wird dort eigentlich der aktuelle Link eingegeben, wenn nicht packe ich euch den nochmal in die Videobeschreibung oder ihr findet den halt ganz einfach mit googeln. Das ist ja nicht so schwer, da kriegt jeder hin, dort finden wir nochmal eine komplette Installationsanleitung auf Englisch, ich wollte es aber zur Sicherheit nochmal hier als Video veröffentlichen, sodass ihr euch das einfach nochmal anschauen könnt und euch vielleicht sicherer fühlt. Gut, den ganzen Schmonsen, das haben wir ja schon gemacht, jetzt brauchen wir nur noch den Windows Installer, den laden wir uns mal eben runter, das geht ja relativ fix, sind nur ein paar MB, erst gleich in dem Downloadprogramm wird das dann noch ein bisschen dauern, aber dafür müssen wir es ja erstmal installieren. Nach der Installation, also zum Ende des Videos, könnt ihr das Programm einfach wieder deinstallieren, damit es nicht auf eurem Rechner unnötigen Platz verbraucht. So, warten wir mal eben bis es installiert ist. Und dann öffnet sich hier dann schon das Programm, welches dann neue Daten runterladen möchte. Alles klar, lassen wir das mal gewähren und hier nochmal der Hinweis, wenn ihr euer Handy, wenn ihr auf eurem Samsung Galaxy S3, für was die Anleitung gemacht ist, ist theoretisch auch auf andere Handys übertragbar mit derselben Anwendung, wenn das Gerät dann offiziell unterstützt wird. Aber theoretisch könnt ihr euch halt mit diesem Vorgang euer Handy kaputt machen und deswegen nochmal der Hinweis, ihr verliert eure Garantie, keine Hafte dafür, weder Samsung, noch CyanogenMod, das CyanogenMod Team, noch ich, noch irgendjemand anderes auf dieser Welt, das ist vollkommen auf eure Gewehr. Ja, so, jetzt schauen wir nochmal aufs Handy und werden das Ganze mal, also das Handy mit dem USB-Kabel am Computer verbinden. Wichtig ist da, dass ihr einen USB-Anschluss von eurem Computer nehmt, der möglichst nah an der CPU ist, also kein Hub oder sowas, sondern direkt am PC, möglichst auf die Hinterseite, wenn ihr dann so einen großen Tower-PC habt. Und dann kommt auch schon hier der Hinweis, ja, bitte schaut doch mal, dass euer Gerät jetzt hier mit dem Computer verbunden ist und jetzt müssen wir die USB-Debugging aktivieren, das geschieht unter Einstellungen, unter den Geräteeinstellungen. Und jetzt kommt hier auch gleich nochmal der Hinweis, wenn wir USB-Debugging aktiviert haben, ob wir uns wirklich mit diesem Computer verbinden möchten und dann drücken wir auch, dass der Computer doch immer Verbindung haben soll und auf OK und dann wäre das Ganze auch wieder erledigt. Jetzt downloadet das Programm noch alle möglichen an Dateien, das kann auch so eine halbe Stunde dauern, je nach Internet kann es auch ein wenig länger dauern. Also da ruhig, Geduld, keine Sorge, lasst das Handy am besten angeschlossen, aber theoretisch kann da nichts passieren. So, nun hat das Programm also alles runtergeladen, was es zum Arbeiten braucht und jetzt können wir das eigentlich installieren. Allerdings oben ganz wichtig, dass da auch wirklich das korrekte Gerät angegeben ist. In meinem Fall wäre es dann also das Samsung Galaxy S3 mit der internationalen Firmware Edition. Alles klar, das stimmt, wir haben uns den Kram daneben noch durchgelesen und dann können wir auch schon auf installieren drücken. Was das Programm jetzt macht, ist folgendes, es setzt unser Handy in den Download-Modus und schiebt jetzt die ganzen Dateien, die es eben runtergeladen hat, auf das Gerät und installiert diese. Das schauen wir uns jetzt an. Wieder der Zeitraffer, nochmal als kleinen Hinweis so zwischendurch. Die ganze Installation hat bei mir so etwa 25 Minuten gedauert mit allen möglichen Downloaden und mit einem kleinen Fehler, der aufgetaucht ist, den wir aber gleich abhandeln werden. Hier haben wir dann auch schon den angedrohten Fehler. We couldn't connect to your phone. Da einfach nicht verzagen, keine Sorge, ist noch nichts schief gelaufen, euer Gerät läuft bisher einwandfrei, auch immer noch. Also einfach nochmal alles neu verbinden und den Computer neu starten, dann sollte es funktionieren. So, jetzt ist wieder alles fertig, hoffentlich erkennt es diesmal das Handy. Wir werden einmal schauen und, kleiner Tipp, jetzt funktioniert das, also nicht verzagen, wenn so eine Meldung aufkommt, sowohl bei mir als auch bei einem Freund kam diese Meldung und da einfach nochmal alles neu verbinden, USB-Kram, vielleicht eine andere USB-Buchse, vielleicht ein anderes USB-Kabel verwenden, vielleicht zwischendurch den Rechner neu starten. Schaut einfach mal, wie ihr den Fehler beheben könnt und falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie einfach unten in die Kommentare, ich werde sie euch auf jeden Fall beantworten. So, jetzt schauen wir aber einfach mal, wie die Installation so weitergeht. Jetzt kommt der heilige Moment, wir sehen das blaue CyanogenMod-Männchen, das Handy startet also neu und da passiert was. Also haben wir jetzt eigentlich alles richtig gemacht, weil das Handy startet neu, wir sehen jetzt hier das CyanogenMod-Männchen und jetzt wird die Software endgültig installiert. Wir sehen jetzt schon, die letzten Schritte werden eingeleitet und dann können wir auch gleich unser Handy in Betrieb nehmen. Keine Sorge, wenn jetzt hier an diesem Punkt Waiting for Device steht, das ist ganz normal, das heißt einfach nur, dass jetzt gerade der Computer auf das Handy wartet, wie das Handy jetzt CyanogenMod endgültig installiert. Das sieht man jetzt an diesem lustigen Kreis, der sich da innerhalb des Android-Männchens dreht. Jetzt werden die wichtigen Apps installiert. Juhu, hier kommt schon auf dem PC die Bestätigung, dass CyanogenMod erfolgreich installiert worden ist. Wir können jetzt also das PC-Programm beenden und das Handy von dem Computer entfernen. Außerdem können wir das Programm deinstallieren und können jetzt genießen, wie das Handy hochfährt, Samsung Galaxy S3 und tata, CyanogenMod, juhu, die Boot-Animation kommt. Gleich können wir unser Handy also im vollen Funktionsumfang wieder nutzen und jetzt kommt natürlich erstmal der Einrichtungsbildschirm, in dem wir uns zum Beispiel einen CyanogenMod-Account erstellen können. Die Sprache einstellen, Uhrzeit, WLAN-Passwort und die ganzen Kram, die man immer beim Anfang, beim Einrichten eines Gerätes hat. Ja, und während das Handy hochfährt, nochmal der Aufruf, wenn ihr Fragen habt, bitte schreibt sie einfach unten in die Kommentare, ich werde versuchen sie euch zu beantworten und euch zu helfen. Gar kein Problem, einfach unten in die Kommentare schreiben und wenn ihr auf Android-Stuff steht, zum Beispiel auf App-Tests, auf Reviews von Technik-Kram oder auf Android-News oder sowas, dann abonniert doch einfach mal diesen Kanal hier, lasst ein Abo da und dann werdet ihr über weitere Videos auch informiert, die da auf diesen Kanal kommen. Und ja, es ist ganz normal, dass das Handy beim ersten Hochfahren mal etwas länger dauert. Das wird sich nach dem nächsten Hochfahren auf jeden Fall deutlich ändern. Wie ich bereits gesagt habe, hier haben wir den Einrichtungsbildschirm, alles hat wunderbar funktioniert. Das war es mit diesem Tutorial, nach etwa 15 spannenden Minuten sehen wir auf jeden Fall, dass alles funktioniert. CyanogenMod ist in der Stable-Version, also mit Android 4.4 auf diesem Gerät installiert. Und ich würde sagen, damit war es zu diesem Video, wir sehen uns im nächsten Video, das war DCZ, ich bin da mal weg. So, jetzt kommt es nach oben.